Ja, hallo, mein Name ist Björn Pfister. Ich spiele auf der Position 6 und bin 16 Jahre alt. Meine bisherige Vereine waren die SG im Artigen Winswangen, dann der SSV Ulm, dann der SC Pullendorf. Jetzt zeigt diese Saison wieder der SSV Ulm. Meine persönlichen Ziele sind immer weiterzuentwickeln und immer 100 Prozent zu geben und Ziele mit der Mannschaft, schon durch die ersten 15 zu kommen und oben mit zum Spielen. 3.